So, neuer Tag, neues Produkt, neuer Versuch, der Solarbrother, Solar File Starter, made in France, made in Frankreich, wahrscheinlich eher made in China, aber halt irgendwie, ja, funktioniert denn das Ding überhaupt? Also sagen wir es mal so, die solaren Bedingungen sind nicht ganz optimal. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Also sobald da eine Wolke ist, ist es vorbei. Also wenn keine Wolke ist, auch dann ist es schwierig, irgendwas damit zum Brennen zu bringen, weil einfach diese Spiegel zu klein sind. Im Prinzip schon eine gute Idee. Pfiffig gemacht, kompakt und so, aber zu wenig Power. Die Spiegel sind zu klein. Wahrscheinlich ist es auch die Idee, dass man durchgucken kann, es genau auf die Sonne ausrichten kann und dann hoffentlich den Strahl optimal fokussiert hat. Aber, ja, da tut sich gar nichts. Also, hm, möchte ich mich nicht drauf verlassen müssen. Vielen Dank.